Musik Von Beethoven bis Metallica. Mit ihren Instrumenten schafft sie einen musikalischen Mix aus dem verschiedenen Musikgenre. Vor 20 Jahren beginnt Maria Kofler ihre Karriere als Solokünstlerin. Mit Saxophon, Flöte und Klarinette spielt die Künstlerin verschiedene Musikstile. Ja, im Grunde war ich mit der Klarinette bei der Musikkapelle und mein Bruder hat dann eine Big Band gegründet und hat gesagt, jetzt brauche ich aber Saxophon und hat mir ganz ein altes, verbeultes Teil in die Hand gedrückt und gesagt, ich brauche jetzt einen Sax-Sound und so bin ich eigentlich zum Saxophon gekommen und dann die Liebe dazu entdeckt. Ich erwarte mir immer, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie meine Musik lieben, dass es ihnen taugt, was ich da so mache und natürlich um jeden Klatsch und jeden Applaus freue ich mich. Und wenn sie sich danach bei mir für den schönen Abend bedanken, dann weiß ich jetzt, habe ich es geschafft. Anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums präsentiert Maria im Café Seiler in Innsbruck ihren vierten Tonträger für mehr als 120 Gäste. Mit einem musikalischen Mix aus Jazz, Rock und Pop will sie den Geschmack des Publikums treffen. Ich habe die Frau Maria Kofner schon nehmals gehört, das erste Mal an der U mit in Hall und ich war begeistert. Maria spielt, ob es jetzt Jazz ist, ob es jetzt Pop ist, die Maria hat ja da durchaus glaube ich viele Musikrichtungen drauf und die Erwartungshaltung heute ist ja total neutral, ich freue mich auf alles, was sie spielt. Ich glaube, sie hat überall gute Zugänge und gute Möglichkeiten und somit freuen wir uns auf diesen schönen Abend heute. Ich kenne die Maria schon seit vielen, vielen Jahren. Mein Team und ich betreuen sie ja musikalisch, also wir errichten ihre Musikinstrument, ihr Equipment. Ich war schon bei vielen diesen Events von der Maria eingeladen, bekomme ich immer wieder gerne und ich erwarte mir wieder immer einen sehr, sehr tollen Abend. Die Maria ist eine Allround-Künstlerin, eine Entertainerin, wunderbare Musikerin und tolle Frau. Jährlich spielt die Künstlerin um die 100 Konzerte. Dabei tritt sie nicht nur in ihrer Heimat auf, sondern auch im Ausland. Aktuell arbeitet Maria daran, sich einen Traum zu erfüllen. Nächstes Jahr will die Saxophonistin in Tokio in Japan ihre Musik präsentieren.